200 Sekunden Baden. Herzlich willkommen zum Nachrichten-Podcast der Badischen Zeitung. Die Nachrichten am Freitag, dem 19. Mai. Die SC-Fußballerinnen sind Wolfsburg im Pokalfinale mit 1 zu 4 unterlegen. Fast 45.000 Menschen verfolgten das Spiel live im Stadion. Das ist ein Rekord im deutschen Frauenfußball. Akustisch dominierten Freiburg-Fans im Stadion von Anfang an das Geschehen. Das Tor für Freiburg machte Janina Minge per Kopf. Das reichte aber nicht aus, um das individuell stärker besetzte Team mit dem vermutlich größten Etat der Liga zu besiegen. Für Wolfsburg ist es der neunte Pokalsieg in Serie. Die Mittel für Wohnraumförderung in Baden-Württemberg für 2023 sind aufgebraucht. Das Interesse nach Finanzhilfen für sozialen Wohnraum übersteigt die bereitgestellten Mittel. Betroffen ist sowohl die soziale Förderung von Mietwohnungen als auch von selbstgenutztem Wohneigentum. Zwar können Interessierte weiterhin Anträge stellen, in vielen Fällen könnte eine Bewilligung aber erst nächstes Jahr erfolgen. Mögliche Gründe für die hohe Nachfrage sind unter anderem Preis- und Zinssprünge sowie höhere Risiken im Wohnungsbau. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine Aufstockung der Mittel für das laufende Jahr. Kommendes Jahr ist eine erneute Erhöhung des Förderprogramms eingeplant. Anstelle eines generellen Grillverbots setzt die Stadtverwaltung nun in drei Grünanlagen auf spezielle Grillzonen. Die erste davon ist jetzt am Aussichtsturm im Seepark eröffnet worden, mit drei Grillstellen samt Grills, Sitzsteinen und Picknicktischen. Es dürfen aber auch eigene Grills mitgebracht werden. Nur Einweggrills sind verboten, um Brände und Vermüllung zu vermeiden. Laut Planerin Hellbach liegt die neue Grillzone weit genug von allen Wohngebäuden entfernt. 50.000 Euro hat die Stadt in die Gestaltung investiert. Auch im Dietenbeckpark und am Moosweyer sollen im Laufe dieses Jahres noch Grillzonen entstehen. Zudem werden bereits vorhandene Grillstellen in Parkanlagen und an Spielplätzen nachgerüstet. Drohnen sollen zwischen den Kliniken in Müllheim und Breisach Laborproben transportieren. Die Verlagerung der Laborlogistik in die Luft soll Prozesse verkürzen, die medizinische Versorgung verbessern und die Umwelt schonen, so das Regierungspräsidium Stuttgart. Sie birgt aber auch viele Risiken wie Abstürze, Kollisionen und Signalverlust. Die Flüge werden am Bildschirm überwacht. Ihre Route wurde zwar sorgfältig ausgewählt, um Probleme zu vermeiden, viel hängt aber auch von der Technik selbst ab. Die Drohnen werden mit einer Flügelspannweite von 3 Metern in 130 Metern Höhe fliegen. Laut Betreiber sollen sie weder vom Boden aus sichtbar sein, noch laute Geräusche machen. Störgeräuschsender sollen lärmende Jugendliche mit einem Piepton vertreiben. Die Sender werden in einigen deutschen Städten und anderen Ländern in Europa eingesetzt. Städte wie Freiberg am Neckar versprechen sich davon Vandalismusabwehr und Prävention von Lärmbelästigung. Vertreter der Jugendarbeit schlagen hingegen Alarm und sehen die Maßnahme als pädagogisch kontraproduktiv an. Auch kritisieren sie, dass die Jugendlichen in die Lösungssuche nicht einbezogen würden, sondern lediglich vertrieben werden sollen. Das akustische Signal, das die Sender abgeben, liegt nach Angaben des vertreibenden Unternehmens im Bereich zwischen 16 und 18 Kilohertz. Es ist demnach nur von Personen bis etwa 25 Jahren hörbar. Das war 200 Sekunden Baden. Immer montags bis freitags ab 6.30 Uhr. Aktuelle Nachrichten rund um die Uhr